Hey, ich bin Alex Play und ich begrüße euch zur fünften Folge von Tramsim. Wenn ihr mehr Infos zum Spielen und zum Video wissen wollt, dann schaut in die Videobeschreibung. Ich blende euch jetzt hier nochmal kurz die Zeit an, ab wann ihr nicht mehr den Zeitraffer sehen müsst, wo ich zur Station Karlsplatz gefahren bin. Viel Spaß mit dem Video. Bis zum nächsten Mal. So, jetzt sind wir jetzt auch mit der Strecke zum Karlsplatz. Jetzt fahren wir aber weiter durch den Tunnel bis, weiß ich nicht genau wie die Straße und die Haltestelle heißt. Aber jetzt fahren wir ein bisschen auf der Tunnel rein und biegen dann links ab zum Betriebsbahnhof. Ja, und steigen wir wieder ein und let's go. Jetzt können wir gleich fahren. Ich bin tatsächlich keiner Straßenbahn entgegengekommen und habe auch keine... Ah, da fährt gerade ein. Ja, das ist die erste, die ich jetzt gesehen habe, im Spielstand. Interessant. Also um 22 Uhr fast gar nichts, wenn man im Schottenring fährt. Nicht nur Schottenring, sondern generell. Weil normalerweise... Und da fahren sie in den Straßenbahnen pro Minute halten bei jeder Haltestelle. Also da ist volles Intervall. Bresselgasse. Bresselgasse. Wo sind da nochmal Eier? Der Fährplatz ist so behindert einer Hampel. Interessant, dass da eigentlich eine gute Frage geändert wird. Ich hätte gedacht, die fährt einfach nur bis Karlsplatz dann oder sogar bis Bösendorfer Straße, macht dann dort die Wände, biegt halt, muss halt nicht so ganz schön, fährt dann halt am 62er-Gleis zurück, ohne Halten. Aber die nehmen da gleich alle Fahrgäste noch mit. Wenn sie da noch einen Intervall bekommen, weil der 1er fährt, glaube ich, auch noch alle 10 Minuten. Jetzt können wir fahren. Mim, 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 mim. Alle aufwecken. Grüße Gott. Fahrrad VLP am Start. Ich grüße Sie. Sie in Haldebrunnen. Ich bin's, Tim. Ja, ich komme jetzt rein. Und mal nur die erste Tür auf zum Durchziehen. Weil wir sehen, dass grün wird. Ich glaube, das ist kein A drüber, aber... Und verbrauchen wir halt 5 Sekunden länger. Das macht mir nix. Oh. Und da ist mal wieder ganzer Lustiger. Ich fühle mich halt nieder. Das seid ihr selber schuld. Ich kann nichts sagen, wenn ihr nicht zurücktretet, wenn nicht Leute. Ich kann aber auch nichts sagen, dass ihr überhaupt mal im Gehsteig stehen bleibt. Fahr. Schnell eröffnen. Und wieder alles zu. Ich will da noch drüber. Oh. Und weiter geht's. Oh ja. Oh ja. Nein. Nein. Das kommt weg. Das blinkt. Das passt schon. Jetzt kriegen wir hin. Alles locker. Der Vor. Der Feind. Idiot. Haber. Das ist auch lustig mit der roten Ampel. Das ist bei der Einstation der Vor. Der breite Hauptallee nicht. Immer Gummim. Jetzt geht's immerhin schon rund in den Tunnel. Ey. Wieso ist er schon wieder? Interessant. Aber hier liegt nur mehr der 62er. Kein einziger Einserwagen mehr. Alle schon in der Halle. Kann nur noch ein paar vom Praterhauptallee. Und die U2zeit natürlich. Die muss halt Engel fahren wegen der U2. Weil, weil sie die halt ersetzt. Weil die fährt ja fast bis um 0 Uhr. Muss halt die Straßenbahn auch bis fast 0 Uhr fahren. Ich meine, ich hab's glaube ich ein bisschen gefühlt so. Weil es halt eben eine Straßenbahn ist und die eindeutig lauter ist. Als wie eine U-Bahn, die unten im Tunnel fährt. Aber sie fährt länger als für die Linie 1. Das weiß ich. Bist du sonst irgendwo da ganz hinten, wo man diese Notfressur anlegen muss? Ja, ich versteh's nicht. Ist das eine Schutzansage? Für euch war ich nicht mehr offen. Ich hab's frei gar nicht. Und das kostet mir Sekunden. Dafür, dass sie eben zur Tür hingehen und nicht einmal aufmachen, mir die Zeit stimmen und nicht einmal einsteigen. Ich hasse diese Bugs. Dann willst du sie vermeiden? Warum? Level 4. Cool. Weil jetzt hält er gar nichts mehr in die Richtung, weil er muss erst den Fahrplan aushauen. Jetzt ist nichts mehr mit Fahrplan. Jetzt fahren alle irgendwie nach Hause. Ihre Mieser. Oh, mün. Da fährt halt jetzt noch was. Und wenn da sind, noch nie in den Anstrengungen. Die in Fahrplan-Takten fahren. Ich hab ja auch keine FBs. Ich fahr mich schon auf das Trams im Abdeck. Wahrscheinlich ist das hier schon draußen, wenn ich mich fiele. Wir fahren da links. Und haben hier unsere Knöllgassen-Station. Hätt' ich mir zumindest eingebildet. Oder doch nicht. Ist schon die nächste. Ich hab da irgendwie noch einmal, dass ich da noch eine Station hab. Entweder hab ich die übersehen. Ich hab, äh, dort einen... Das ist schon dieser neue Streckenteil vom Betriebsbahnhof-Hafrieten-DXE. Hier funktioniert die KI überhaupt nicht. Wir sind ein Film. Bitte schreiben Sie aus. Auf Wiedersehen. So. Das ist jetzt schon ein Sieg. Was sind... Nein, ich denke wohl nicht. Upsi. Da fahr ich jetzt noch drüber. Ich weiß ja nicht, warum die da jetzt noch angestiegen sind, die Lustigen. Bin voller als wie vorher. Haben wir jetzt noch eine Station. Wie heißt die? Das wird jetzt als Burglasse sein. Liebgasse. Oder? Ja, Liebgasse. Und da sind jetzt alle ausgestiegen. Jetzt ist keiner mehr da. Aber da steht auch bei der Halterstelle. Ich auch so was. So. Da muss ich hin. Fahr mir nicht... Äh, ich fahr halt auch in die Waschanlage. Fahr mir nicht weiter. Machen wir so. So. Dann Schlüssel raus. Raus aus der Kabine. Offen lassen. Dann gehen wir hinten zum Pult. Wenn nicht... Jetzt warten wir bis der Antrieb bereit ist. Können wir schon mal die Bremse lösen? Oh, Bremse lösen. Hallo. So macht man es. Passt. Dann fahren. Wir fahren da jetzt rechts, oder? Da ist da. Jetzt hier rechts. Dann sind wir auf dem. Da ist da. Und können da angenehm in die Waschanlage fahren. Dann Schlüssel raus. Anstecken. Und vorne. Drum und nehmen wir runter. Also so. So. Und die neuner Tür. Äh, die neuner Tür. Die Tasse neun für die erste Tür. So. Und dann gehen wir da nach vorne. Und schalten sie. Und dann gehen wir da nach vorne. 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 da sind wir hingeschaut und dann auch wieder einsteigen ich werde euch wenn ich es kann wenn ich vorher nach effekt ein wenn das ist nicht dass sie wirklich das machen und dann ausfahnd an geht's sie können wir ändern auf sonderzug so schnell davon hier normalerweise nicht fahren es ist hallo sonderzug so kollegischen schuhe wir wollen uns in die halle stellen ich stehe sie mir einfach bei 7 ok wurde verstanden ich zeige euch das ganze wieder meinen zeitraffer heute gibt es viele zeitraffer so Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.